IT-Netzwerke verstehen und analysieren Teil 1 Was ist das Ziel dieser Serie? Wir möchten Ihnen in dieser Serie die IT-Netzwerke etwas näher bringen. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn Sie den Browser auf Ihrem PC starten und Google eingeben? Was passiert im Hintergrund? Oder Sie schalten Ihr PC-System eines Tages ein, versuchen Ihre E-Mails abzurufen und nichts geht. Sie rufen den Support Ihres Internet-Service-Providers an, Sie erhalten einige Anweisungen, die Sie ausführen sollen und verstehen aber überhaupt kein Wort, was der Supporter am Ende des Telefons eigentlich meint. Genau dieses Ziel ist es in dieser Serie, dieses Wissen, diese Hintergründe Ihnen näher zu bringen. Es gibt verschiedene Netzwerke. Wenn wir im Browser nach dem Wort Netzwerke suchen, erhalten wir ein solches Resultat. Es gibt soziale Netzwerke, es gibt Netzwerke Menschen, es gibt Computernetzwerke. Wir interessieren uns für IT-Netzwerke. Was sind die Voraussetzungen? Die Voraussetzungen, um in dieser Serie gut folgen zu können, sind nicht sehr hoch. Wenn ich zum Beispiel von einer NIC spreche, einer Netzwerkkarte oder auf Englisch Network Interface Card, dann stelle ich mir so ein Bild vor. Beziehungsweise eine solche Schnittstelle haben Sie sicher auch schon einmal am PC, vielleicht an einem Server gesehen. Wenn ich von einem LAN-Kabel spreche, dann sollte Ihnen so etwas nicht unbekannt sein. Später werden Begriffe fallen, wie zum Beispiel von einem Netzwerkverteiler, also ich spreche von einem Switch. Wenn Sie so etwas schon mal gesehen haben, dann sind wir auf einer guten Grundlage und haben eine sehr ansprechende Basis. Es gibt viele weitere Netzwerkkomponenten, welche wir selbstverständlich kennenlernen werden. Unter anderem ist noch eine wichtige Sache zu erläutern, wenn wir von einem Router sprechen. Es gibt verschiedene Router. Zum Beispiel, hier sehen wir einen Router vom Provider Swisscom. Es gibt aber auch ganz andere Router, zum Beispiel ein Mehrfachsystem. Das bedeutet, wir haben hier Routing-Funktionen, wir haben einen Wireless Access Point, wir haben einen Switch integriert. Also, dies ist ein System, welches hauptsächlich Routing-Funktionen hat, bietet aber weitere verschiedene Technologien an. Wir werden in dieser Serie genau unterscheiden können, was wir brauchen, welche Komponenten zu welchem Zeitpunkt eingesetzt werden. Dies sind die Voraussetzungen, die benötigt werden, damit Sie in dieser Serie viel Spass und auch viel lernen werden. Wir schauen uns gleich einige Grundlagen an. Wenn wir von Netzwerken sprechen, dann gibt es eine Vielzahl verschiedener technische Begriffe und Zuordnungen. Grundsätzlich, wenn wir von einem IT-Netzwerk sprechen, hier in dieser Videoserie, sprechen wir hauptsächlich von einem LAN, von einem Local Area Network. Das bedeutet, wir haben hier zum Beispiel unseren Switch, wir haben den Router, verschiedene Endkomponenten, Computer, Servers, Laptops etc. Eine Firewall, die uns vom grossen Internet abschottet. Das ist ein LAN. Es gibt weitere Netzwerke, zum Beispiel die sogenannten WANs, Wide Area Network. Bei einem Wide Area Network werden viele kleine LANs oder auch sogenannte MANs, Metropolitan Area Network, das sind grössere Netzwerke als LANs, zusammengeführt, damit eine weltweite Kommunikation entstehen kann. Das bedeutet also, dass wir, wie in dieser Zeichnung, ein LAN haben. Viele verschiedene LANs bilden schlussendlich das WAN. Das sind die wichtigsten Grundlagen, um zu verstehen, wie Netzwerke definiert werden können. Wie bereits erwähnt, wir werden uns nicht mit den grossen, mit den WANs herumschlagen. Uns geht es hauptsächlich in dieser Serie, dass wir das LAN, das Local Area Network, bis zu diesem Punkt hier verstehen. Jetzt denken Sie vielleicht, wow, wow, da sind so viele Wörter, so viele Begriffe schon erklärt, gefallen, erwähnt worden. Absolut kein Problem. Machen Sie sich dazu jetzt im Moment noch keine grossen Gedanken. Wir werden Schritt für Schritt alles gemeinsam erläutern, erklären, damit Sie einen perfekten Hintergrund, ein perfektes Hintergrundwissen erhalten, wie IT-Netzwerke verstehen und wie wir diese später auch analysieren können. Es gibt noch eine Grundlage, die ich Ihnen kurz schnell noch erläutern möchte. Wir werden schon bald über das Wort Protokolle oder den Begriff Protokolle stossen. Bei Protokollen handelt es sich um eine gemeinsame Sprache. Eine Sprache, die benötigt wird, damit wir in unserem lokalen LAN kommunizieren können. Protokolle gibt es in verschiedener Art. Ein bekanntes Protokoll, welches Sie vielleicht schon einmal gehört oder gelesen haben, ist zum Beispiel SMTP. Simple Mail Transfer Protokoll. All diese Begriffe, diese verschiedenen Protokolle, werden wir im Verlauf dieser Serie genau miteinander anschauen und besprechen. Also auch hier machen Sie sich jetzt keine grossen Gedanken, auch wenn wir hier eine Vielfalt von verschiedenen Protokollen sehen. Wir werden alles ganz genau miteinander anschauen. Wir haben in diesem Video gesehen, es gibt verschiedene Netzwerke. Es gibt LAN, Local Area Netzwerke. Es gibt WANs, Wide Area Netzwerke. Es gibt verschiedene Protokolle, also Sprachen, die wir benötigen, damit die PC-Systeme oder die Netzwerkkomponenten miteinander kommunizieren können. Wir werden im nächsten Teil uns mit Protokollen, mit Standards und mit dem LAN weiter auseinandersetzen. Wir werden die verschiedenen Komponenten anschauen, besprechen und ich werde Ihnen den Einsatz zeigen, wo die einzelnen Begriffe ihren Platz finden. Damit wir mit einer soliden Grundbasis das IT-Netzwerk bei uns zu Hause oder in unserer Firma besser verstehen können. Wir hoffen, dieses Video war hilfreich und wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie uns im Teil 2 auch wieder zuschauen.